Im Talk at the Studio ist der Gastreferent, der ehemalige deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder. Er ist vom Oktober 1998 bis im November 2005 der siebte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewesen. Der CEO der Ringier AG, Marc Walder und Philipp Gmür, CEO der Helvetia Gruppe, haben am Montag zum Tag eingeladen. Sie und rund 90 Leute haben das Gespräch zwischen Christin Mayer und Gerhard Schröder mitverfolgt. Der 73-Jährige wurde ein Freund von klaren Worten. So teilt er zum Beispiel gegen die möglichen Jamaika-Koalition aus. Ich halte nicht viel von dem Begriff Jamaika. Das klingt so fröhlich und so nach vorne gerichtet. Ich nenne das immer schwarze Ampel oder Schwampel. Das ist medientechnisch ein sehr viel besserer Begriff für die Opposition als Jamaika. Das ist das eine. Das andere ist, ja, das wird zustande kommen. Davon gehe ich jedenfalls aus und möglicherweise noch vor Weihnachten. Das liegt an dem, wie soll ich sagen, Opportunismus-Zuwachs bei den Grünen in Deutschland. Der ist schon ungeheuer. Also eine Art Bettvorleger für Frau Merkel eigentlich schon. Das hätte man ja nie geglaubt früher, dass das so ist. Aber es ist so in der Berliner Führung, nicht in allen Landesverbänden. Das glaube ich nicht. Aber schon dort. Man wird sich also einigen. Und das eigentliche Problem ist nicht, ob die sich einigen, sondern ob diese Koalition Bestand haben kann. Auch die Flüchtlingskrise ist beim Tag zum grossen Thema geworden. Gerhard Schröder nimmt auch da kein Blatt vor den Mund. Vor allem, was die Rolle von Angela Merkel betrifft. Da habe ich damals gesagt, sie hat ein Herz, aber keinen Plan. Und das hat sich fortgesetzt. Erstens ist nicht kommuniziert worden, was macht man mit den europäischen Partnern. Sondern sie hat eine einsame Entscheidung getroffen. Das ist immer schlecht im europäischen Zusammenhang. Und zweitens hat sich keiner, denn das war ja absehbar, was kommen würde, Gedanken drüber gemacht. Wie kriege ich das eigentlich geregelt? Und mit welchen materiellen Notwendigkeiten habe ich zu rechnen? Sie hat damals gesagt, wir schaffen das. Sie hätte sagen müssen, wir können das schaffen, wenn. Wir können das wirklich schaffen. Aber das heißt, dass wir Milliarden ausgeben müssen, um diese Leute zu qualifizieren. Dann sind sie für unsere Gesellschaft wichtig, gar keine Frage. Und das ist auch menschlich in Ordnung. Der ehemalige SPD-Politiker ist nach der Abwahl in 2005 in verschiedenen Positionen als Wirtschaftsberater tätig. Unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender bei der Nord Stream AG und neu auch beim russischen Grosskonzern Rosneft. Was wollen Sie denn als Aufsichtsratspräsident dort bewirken? Sollen die Sanktionen fallen gegen Rosneft, die die EU gesprochen hat nach der Krim-Krise? Ich meine, das Problem ist zunächst einmal, wenn Sie, das ist ja ein Board nach englischem Muster, Rosneft ist in London gelistet, das ist ein Board-System, gibt es Exekutives, gibt es Non-Exekutives, ich bin natürlich nicht Exekutives, sondern bin Chairman of the Board. Der hat eine bestimmte Pflicht, so ein Chairman of the Board. Der muss für das Wohl des Unternehmens sorgen. Wie jeder von Ihnen, die ein Unternehmen führen, auch. Also wenn ich das nicht machen wollte, hätte ich es nicht annehmen können. Das ist das eine. Und wenn es dann Sanktionen gegen dieses Unternehmen gibt, dann muss ich gucken, ist das gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt. Der letztlebende Alt-Bundeskanzler setzt sich nicht nur mit der Wirtschaft, sondern auch weiterhin mit der Politik auseinander. So sind für ihn auch die internationalen Beziehungen ein grosses Thema. Wie wollen Sie mit einem Herrn Erdogan ganz ehrlich Vertrauen aufbauen? Also es scheint mir etwas schwierig zu sein. Da ist wahrscheinlich Putin handsam. Sehr viel nationaler. Will ich sagen. Also ich glaube, dass in der Türkei, wie soll ich sagen, zwei Probleme aufgetaucht sind. Erdogan hat die Türkei ja wirklich in seiner Zeit als Ministerpräsident modernisiert. Und hat sie wirtschaftlich stark gemacht. Ohne jeden Zweifel. Inzwischen kommt es mir so vor, dass er ein bisschen kaputt macht, was er selber aufgebaut hat. Das ist so. Und das schafft natürlich Distanz auch zur Europäischen Union. Trotzdem, was sollen wir denn machen? Wollen wir sagen, das war's, wir reden nicht mehr? Obwohl wir ihn in der Flüchtlingsfrage brauchen, obwohl wir ihn brauchen, wenn es sich überhaupt was bewegen soll in Nordafrika, von Syrien und von Libanon und von anderen Bereichen will ich gar nicht reden. Das heisst, wir sind in vielfacher Weise aufeinander angewiesen. Und das Zusammenspiel mit der Türkei, aber auch mit Russland, sieht er als Zentral für die Entwicklung von Deutschland und der EU. Die gegenwärtige Führung in Russland ist eindeutig pro-europäisch. Ist das in zehn Jahren auch noch so, wenn wir so weitermachen? Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Und was ist ein Europa noch wert, wenn es die wichtigsten und kräftigsten Nachbarn wie Russland und Türkei verliert? Aber noch schnell zu Russland, zu dieser Shanghai-Organisation. Was hat die für eine Bedeutung? Das ist der größte regionale Zusammenschluss in der Welt. Einfach durch die Zahl der Leute, die da wohnen. Was machen die so? Freihandelsvertretung? Ja, in der Tat, die machen Freihandel und zwar in nicht unerheblichem Maße. Und von daher sollte man sich schon ein bisschen darum kümmern, was passiert da und sich nicht nur verkämpfen mit der Frage, wie bringen wir denn unsere kleinlichen Streitereien innerhalb der Europäischen Union in Ordnung. Das reicht ja nicht, wenn man mal eine Perspektive entwickeln will.